guten tag an alle leute da draußen herzlich willkommen auf mein neues video und heute bleibe ich für 24 stunden lang im wohnzimmer und ja lasst gerne ein like und ein abo dafür mehr weitere 24 stunden langen videos und ich würde sagen wir fangen direkt mit dem video mal an wir haben gerade 11 uhr 30 und die challenge hat begonnen und so sieht mein wohnzimmer aus ein luftklima ein fernseher und ja ich habe wieder mal fuchsi dabei aber nicht den donut und ja immer frühstücke ich erst danach fange ich mit dem vier so schon lange videos an deswegen bedeutet das dass ich wieder gefrühstückt habe und ja jetzt rufe ich mein bruder der soll mir ein eis bringen so leute ich habe ein kalibreis cola bekommen und nebenbei gucke ich meine serie barrage ja so leute ich habe so leite ich bin fertig mit meiner serie gucken jetzt neke ich hier paar kirchen so leite ich habe noch kein hunger für mittagessen und ja deswegen ist es nur ein joghurt und nebenbei gucke ich eine serie und zwar die heißen und ja dieses joghurt habe ich bei penny gekauft ja das habe ich noch nicht probiert deswegen würde ich vor der kamera mal probieren um meine meinung dazu sagen sieht schon mal lecker aus ja ich möchte erst mal so probier mal das hier ist drinnen und das schmeckt gar nicht ein bisschen und das hier das ist nicht da drin das einfach nur so gemacht als foto nur das obere geht ist das was da drin ist ich mich gar nicht rein gemacht paar leute diese serie ich bringe mich zum ausrasten und das jahr hat nicht so geschmeckt ich weiß nicht am anfang schmeckt das aber am ende wo man da runter geschluckt hat die andere marke davon ich gestern gestern aber war perfekt und die serie ist auch perfekt ich bin eingeschlafen und der film ist einfach weiter gegangen und ich weiß schon wo ich war und ich gehe jetzt die ganze nach hinten ich bin durcheinander geworden wirklich mein film ist einfach weiter gelaufen und ich bin eingeschlafen aber ja eine stunde oder zwei stunden bin ich eingeschlafen und ich habe extreme fänger ja ich sag mein Bruder soll essen machen und dann bitte es hierher ja wirklich ich liebe im paradies ich will mehr für solche lange videos machen weil ich habe keinen bock selber essen zu machen man drüber soll es machen so leute ich habe jetzt was zu essen bekommen und das ist ein lustiges essen guckt euch das mal an das ist peinlich für mein Bruder der kann kein essen machen okay das ist peinlich leute hättet mal den in den kommentaren ich mit euch also ich werde die nicht beschützen vor leute stellt euch mal vor mein bruder keine freundin oder er hat eine freundin und sind getrennt ne also später so getrennt das gleiche essen machen weil er muss man lernen essen zu machen leute voll peinlich für den ich schwöre so leute jetzt habe ich mal ein vernünftiges essen bekommen und zwar so sieht es aus ist auch ein bisschen so knusprig geworden okay das geht ja noch so leute ich penne jetzt für zwei drei stunden weil ich habe kompletten nachtdurch gemacht und bin extrem müde und ich habe auch fernseher ausgemacht und ja brauche keine decke weil es ist eh kalt und ja leute wir haben 19.30 Uhr und ich bin bisher geschlafen jetzt kommt mein vater hier rein fernsehgucken ein bisschen dann kann ich leider nicht filmen so leute ich habe gerade ein eis bekommen und ich gucke jetzt eine serie die heißt doodun efkaderindel es ist sie mit dieses braunisches rundes brot da mit frischkäse und natürlich eistee und eine frage eistee mit fersich oder mit zitrone ich finde eigentlich beides lecker zitrone auch ganz für sich auch geil und ja so leute ich bin aufgewacht ja es ist auch morgens früh und leider konnte ich gestern nicht mehr filmen weil erstens das fernseher ging einfach so aus und könnte ein paar stunden nicht anmachen dann ist mein vater gekommen und ich war noch am schlafen und so ja wundert euch nicht dass wenn das video nicht über zehn minuten ist also es tut mir leid und ja jetzt sage ich mein bruder es aber was vernünftiges ja nicht so gestern sein brot was essen machen weil bei frühstück brauche ich ein vernünftiges essen und falls er da irgendwas spielt dann mal gucken ob der fernseh noch geht ja es geht es ging an krass leute wir müssen regeln kalter eistee ok was ist das eine überraschung soll es sein ok ist schon warm 3 2 1 morgens morgens 3 1 ich will endlich nach bürger 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 9 9 9 10 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 11 11 12 19 12 12 15 15 16 19 15